Es sind sehr viele Geräusche von riesenem Sand und so weiter. Da muss ganz klar unterschieden werden, ob das ein Geräusch ist. Sicherlich auch sehr viel Geduld gehört mit dazu, denn auch mal wieder Ruhe einkehren zu lassen, selbst auch ruhig zu werden, um dann auch diese Geräusche dann produzieren zu können. Aber ihr braucht auch ein bisschen starke Nerven, denn...